Bevor das Video startet, wollte ich mich erstmal vorerst an euch alle bedanken, also eher gesagt an alle die Abonnenten auf diesem Kanal. Ja, ich weiß, der Kanal hat nur 15 Abonnenten, hatte auch mal ein paar mehr, 18 war glaube ich der Höhepunkt. Aber das ist mir auch an dem Punkt egal, egal. Ich bedanke mich trotzdem bei allen Leuten, die wirklich mit dabei waren und wirklich so gut wie den ganzen Kanal unterstützt haben. Da bedanke ich mich wirklich bei allen. Ein großes Dankeschön, geht raus. Ich kann leider nicht, also ich würde gerne sowas wie eine Verlosung machen, zwar gern für euch, aber mir fällt nichts ein, was ich machen könnte zumindest dafür. Obwohl es sind auch nur 15 Abonnenten, ich finde es ist schon ein bisschen zu hoch angebrannt. Aber was draus geht ist, ihr könnt ja, falls ihr Interesse haben solltet, ich weiß, also nicht alle meine Abonnenten sind auf meinem Discord-Channel, ist verständlich, ist kostenlos. Könnt ihr einfach in den Discord-Server gehen, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. So, und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wurde unterstützt durch meinen Geldbeutel. Vielen Dank. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ich spiele irgendwas und dazu noch bla 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 bla, mit ein paar Infos. Aber heute, was Neues gespielt und zwar Rounded, yeah! Also ich freue mich auf dieses Spiel, als ich frage, Isaac, Isaac. Microsoft, nein, das Spiel wurde von Microsoft gemacht und ja bla 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 bla, kommen wir eigentlich mal dazu. Wir gehen in Singleplayer rein, das Spiel ist noch im Early Access, leider, aber ja, wir gehen mal rein. Ah, jetzt gibt's doch Musik. Warum erst jetzt? Hm. Ich hab keine Ahnung, wie ich nehme, aber ja... Bild, weil ich hab so einen Lupin. Und ja... Schön, dass du dich kennst. Der Name ist Max. Maxwell Small. Hältst du bitte den... Danke. Ähm, ja, also es geht mir darum... Was laber ich eigentlich schon wieder? Wo, ich... Gucken wir uns die Katzen... Die Katzen... Ne, doch keine. Ähm... Ähm... Was? Damn. Where am I? Are those... Roots? Nah, heh heh heh, kann't be. This must be one of those... Those prank TV shows. An extremly elaborate, realistic prank show. Schmell. Also, naja, also es geht darum... Es war die nächste Folge vor... GTA. Kurz und einfach gesagt, die wird... Also... Also nächste Woche... Danke. Du wirst lernen zu denken, dass das nicht ein Prank sein könnte. Also... Du wirst auch bekannt sein, doch. Du wirst einen Agenten, einen Publikist... Ah, ein Sportwagen. Max. Kannst du bitte den Maul halten? Ähm, also wie... Welches Spiel hasst du mich? Ähm... Also wie gesagt, also... Es geht darum, die nächste Woche... Scheißviecher. Ja, lecker. Ähm... Nächste Woche wird es kein GTA geben. Äh... Kurz und knack gesagt, mein PC hat Faxen gemacht. Und GTA muss erst wieder installiert werden. Und ja. Ja, du. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Ähm... Ja... Da... GTA ist wirklich... Es ist... Äh... Mein PC hat dir mal Faxen gemacht. Ich musste ihn nochmal komplett zurücksetzen. Und jetzt muss ich alles wieder neu installieren. Und ich liebe es. Das war gelogen. Dass ich es liebe. Oh, wir scannen den Stein. Oh. Ich bin nicht genau sicher, wo das ist und... Was ist passiert? Ich sollte weiter schauen. Scannen wir das. Also... Na ja. Das ist eben halt alles. Also... Ich muss das jetzt alles nochmal installieren. Ich bin Gott sei Dank froh, dass ich zumindest jetzt... Ein Spiel installieren jetzt konnte in der Zeit. Internet ist nicht der schnellste. Man kennt es. OBS. Soll ich sagen... Wow. Das Spiel sieht echt geil aus. Also... Obwohl es eher Cartoon-Loki... Also Cartoon-Loki-Grafik ist eher... Materialistische Grafik. Obwohl ich... Ja, jetzt sind rein. Äh, ja. Gut. Jetzt... Also... Ja. Und... Muss es wieder installieren. Und das sind 80 GB. Und die sind groß. Ich werde mich nicht weiter zu äußern. Aber... Kümmern wir uns aber weiter ums Spiel. Also... Grounded. Ähm... Also... And... And... And eat some food. Wow. Schau mal auf die Größe von der Ecke. Honestlich... Ich bin so glücklich, dass er nicht groß genug ist, um mich zu spüchen. Ähm... Okay, dann mach... Gräuche. Ähm... Ja... Grounded. Kam seit neuestem raus. Ist leider nur auf Englisch. Aber... Ja... Das ist ja auch nichts. Das wird sich noch alles ändern. Das Spiel ist ja wie gesagt noch im Early Access. Es kann noch alles passieren. Es ist wie das Arc. Bloß... Realistischer getreu. Also... Falls du heute den Film kennst. Schatz, ich hab meine Kinder geschrumpft. Sind sie hier richtig? Weiß nicht. Also... Eigentlich wollte ich hierzu noch... Was... Also... Wollte ich gerne noch mit ein paar Freunden spielen. in das Spiel, aber... Aufnehmen, natürlich, ne? Aber ich kam bis jetzt dazu noch nicht. Der Einzige, der es bis jetzt gerade hat. Oh Gott. Oh Gott. Eine Ameise. Eine Ameise. Ah... Verpiesel dich. Ich hab'n Stein. Fuck, Vieh. Ding. Ah... Schocken. Das ist ja... Oh krank. Ah, das ist das, was ich meinte. Es kommen Ameisen. Es kommen Ameisen. Ah. Ah. Oh, 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 oh. Ah, die Ameisen. Okay. So schnell geht das. Äh, ja. Leg dich nicht mit Ameisen an. Ja, ich hab's kapiert. Ich bin tot. Ameisen sind Monster... Ameisen. Mein Back. Analysier mir nur mal ein paar... Sachen? Ach so, äh, nee, äh, ja. Äh. Sag das. Entschuldig bitte, Jungs. Äh. Jungs, ist ein bisschen... Ach du Scheiße, ey. Oh, bleib mir fern. Ich wusste nicht mehr, dass diese Viecher... Also ich weiß, es sind Ameisen. Gibt natürlich, ist ja klar. Wer hat's gedacht, oh, Ameisen. Aber what the fuck, dass die so aggressiv sind. Also nur die eine, ey. Die ist ja voll aggressiv. Habt ihr doch nichts getan, Alter. Habt ihr nicht auf den Kaffee gekackt, oder? Eine Fresse. Okay, und hier können... Ob ich Großschrumpf... Äh, Groß... Großschrumpfen, ja. Isaac, alias Nils. Sag, dass man sich großschrumpfen kann. Oh, kein Steine werfen. Das klingt grad so, als wäre ich der absoluten Vollspaß. Der keine Ahnung, ob es... Ach, da war es. Auf Steine zu werfen, die brauche ich. Auf Steine zu werfen, die brauche ich. Auf Steine zu werfen, die brauche ich. Ich hab doch irgendwie was machen können, also. Wie sehe ich die Gate? The Mystery Machine. Ja, was ist... Da, 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 da blinkt das. Ameise. Ah. Was? Dick ist das? Fuck. Whatever the way. Nein, kann ich nicht. Oder wenn ich Escape drücke. Ach du... Geht doch. Doch, geht doch. Sag dich doch. Raph. I will... Shit. Backpack. Kriege ich das? Ah. Gott. Was? Junge, Alter. Wenn sich... Wenn sich eine Ameise anhört, wie ein verdammter Hund, ey. Das... Fingste, ich brauche dafür. Er ist ab. Alles mit. Alles mit, bis wir... Ja, also... Die Map... Ja, gut. Sieht klein aus, aber ist irgendwie... Gloverfiber... Und wie krieg ich... Ah, ui. Raph. Yay. Ich habe immer noch keine Axt machen. Mh... Wie ich denn fahre sein? Also, okay. Fahre. Diese Gloverfahre so nennen. Was? The food... The Grey Harbour. Äh... Kann ich hier... Kann ich hier... Okay, geht das hier, geht das hier? Kann ich diese Strings... Nein, ich kann nicht hier die Strings... Ach, Mann. Wenn... So, und wo waren dann nochmal da drüben? Das werde ich auch ein bisschen länger machen. Soll ja nicht so... Ich finde, das soll ja nicht so kurze. Kann man dann daraus machen? Daraus kann man's doch machen. Bitte. Porn. Verdammt. Ah! Warten. Äh... Ah, so geht Block. Mh... Jetzt geht's. Woher kriegen wir den ganzen... Tja... Muss uns mal ganz entspannt bleiben, so. Und was wir machen können. Was rausrupfen. Ich weiß nicht. Oder ist jetzt schon der allererste... E-Parbear? Ah, denke mal. Nee, nee, nee. Das wird noch eh spielen. Letztes Let's Play wird noch kommen. Keine... Keine Sorge, das wird... Ah... 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 Das wird die Aufnahme ein bisschen länger machen. Wir müssen ja auch irgendwas herausholen. Falls ihr fragt, warum es manchmal so komisch aussehen sollte... Das ist eigentlich 21 zu 9. Aber ich stretch es einfach. Ich mache es... Änder es. Und lasse es strecken. Also strecke es in... Plant Fiber. Part. Craften wir da auch. Zack. Da hätten wir ne Axt. Das ist ne männliche Axt. Manly Sharks. Wadada. Die Tiere hier. Ach du Scheiße. Perfekt. Dabei schleichen. Auch noch auf mich aggressiv sind. Ach du Scheiße. Alle so, man. Ameisen sind bad ass motherfucker. Ja. Könnt ich zu... Kräuter. Ja. Ja. Gehe. Scheiße Leid. I've called a emergency, hello. I need a emergency. Oh dear. dann nichts mehr ach du scheiße meister sind scheiße weg leute ablegen ich will das nicht tragen halt einfach nur respekt vor dir scheißvieh ja forgotten dynamite Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden ich bei so welchen Entschuldigung Was lachst denn du so, Alter? Mensch, ey. Kein Respekt, ey. Genau. Der Laser spackt immer noch. Ja, was mache ich denn hier? Wir haben die Kupferkabel angebissen. Ich will nicht wissen, welche Tiere in der Nacht kommen. Aber ja gut, wir müssen es wohl herausfinden. Knüppel, ach. Knüppel, Alter, ey. Schlimmer haben. Okay, Fiber, Dom. Kraften ab. Jetzt habe ich zwei Äxtre. Das ist nicht mehr... Schlimmer hat sich leicht an wie Link aus der Lash. Das ist... Es... Da... Da... Da Wasser... Hopf, los, komm, komm runter. Drink a new drop. Komm her. Runter, ey. Gut, schmeißen. Ja, geil, Alter. Mal die Dinger herbekommen. Ah, ja. Um... Tja, also ich würde mal mit diesen aggressiven Kiffer schön, ich spüre irgendwas, Part beenden wir sehen uns dann, wenn ich das Projekt gestaltet habe hoffentlich ja, und schönen rastlichen Haut rein und tschüss